Und dann natürlich die berühmte Ansage von Ingo Ruf, blockierer Streckenabschnitt. Und sonst gab es eigentlich nicht so wirklich viel, ja wir sind, ja wir sind, ja auf 5.8. stand der Serio, dem wir normalerweise in Haltingen begegnen. Und sonst war es so wie immer. Falls was Neues passieren sollte an dem Tag, an dem Bundestag, dem 26. November, werde ich euch schon Entkältnissätze bestellen.